Heute. Jadro, Hilfe! Hilf mir! Wir sind zu spät. Und wo ist seine Geige? Orlando ist jeden Morgen rausgegangen, um für sich alleine zu spielen. Aber er hat nicht wirklich gespielt, sondern sich die Musik in seinem Kopf vorgestellt. Deshalb hat er seine Geige nicht dabei. Wo könnte sie sein? Die Bergpolizei. Ganz nah am Himmel. Heute um 21.10 Uhr auf Bibel TV.